Danke, Kim, und dir ein schönes Wochenende. Und nächste Woche läuft Ihnen an dieser Stelle sicher das Wasser im Mund zusammen. Denn dann startet unsere neue Wochenserie. Wir heißen Sie in unserer Wok-WG willkommen. Schauen Sie Daniel und seinem Freund Ju beim thailändisch Kochen über die Schulter. Begleiten Sie die beiden Studenten beim Einkauf im Asialaden. Und lassen Sie sich erklären, wie Sie Thai-Food schnell und schmackhaft selbst zubereiten können. Die Wok-WG. Nächste Woche nur hier bei Guten Abend RTL. Und damit ist unsere halbe Stunde auch schon wieder vorbei. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Entspannen Sie schön am Wochenende. Und dann sehen wir uns am Montag in alter Frische wieder. Wir senden direkt aus dem Bremer Rathaus. Denn die freie Hansestadt Bremen feiert ihren 60. Geburtstag. Und wir sind mit dabei. Sie hoffentlich auch. Jetzt gibt es noch ein paar Promi-Happen von den Kollegen von exklusiv dem Star-Magazin. Lassen Sie sich die schmecken. Und tschüss.